Geh rein, was auch immer, was auch immer, was auch immer, Mann! Hallo und herzlich willkommen in Folge 8 von Mafia Joe's Adventure 2, Mafia 2. Nachdem wir in der letzten Folge vergeblich versucht haben, irgendeine Mission anzunehmen, machen wir jetzt die komprimierende Karren-Mission. Wie es aussieht, hat der kleine Scheißer, der den Kingfisher gekauft hat, Mist gebaut. Das Arschloch hat den Wagen für ein Ding benutzt und dann ist er zu Fuß abgehauen. Joe, die Cops haben den Wagen jetzt. Wenn die anfangen rumzuschnüffeln, dann wird das einen Haufen Leute, die wir kennen, sehr nervös machen. Finde den Wagen und lass ihn verschwinden. Dann sind wir bei einem Arsch. Und das ist doch schon wieder das Gleiche, ey. Klaue den Wagen von der Polizeistation. Und fahre zu Busky. Soll ein Wagen von einer Polizeistation klauen. Oh mein Gott, jetzt muss ich reden. Das Lied ist garantiert 100% Copyright. Also das ist ja das... Ach, da ist schon direkt die Polizeistation. Guck mal, das ist doch eine tolle Mission, da muss ich überhaupt nicht weit fahren. Ist das nicht nett? Das ist toll. Ja, die M-Kinder ist toll. Ah, aber der Wagen ist super. Der kann so toll driften, aber der driftet auch manchmal einfach ohne, dass man das was tut. So. Ich weiß gar nicht, wo ich den Wagen herhabe. Ach, das ist die Polizeistation, da wo ich immer hergebrochen bin. Ja, bye bye happiness, das würde ich aber auch sagen. Ja, der ist so gut wie tot. Er ist tot, Freunde, er ist tot. Ich brauche eine bessere Waffe. Wo kriege ich jetzt eine bessere Waffe her? Wir versuchen mal diesen Waffenladen. Ich nehme jetzt die Mission nicht an. Ich werde erst zum Waffenladen fahren. Bevor jetzt die Missionszeit wieder drauf geht. So, dann gehen wir nochmal hier hin, nehmen die Mission an und dann ist hoffentlich hier Rambazamba im Karton. Boah, ist das Spiel scheiße, ey. Rambazamba im. Rambazamba im. Rambazamba im. KKKK Karton. KKKK Karton. Was, das sind die gleiche? Das ist das gleiche Lied jetzt gerade sogar. Ah, hi. Bye bye loneliness. Bye bye loneliness. Bye bye happiness. Da ist gar keiner drin. Ach, da. Abends. Abends? Weidmannsheil. Was richtig. Die habe ich selbst geladen. Ah, Munition ist voll. Naja gut, dann... Hoffen wir mal, dass mir das jetzt weiterhilft, bei meinem teuflischen Plan, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Aber, ich kenne mich ja. Und das war wieder ich, Mafia-Typ. Seht ihr das? Also, das ist ja krass. Ich drücke nichts. Normalerweise muss man Leertaste drücken, um zu driften. Bei dem Wagen muss ich nichts drücken. Wer driftet einfach. Oh, ich wollte schon fast zur Polizei fahren, aber... Scheiße! Kann ich nicht irgendwo nachgucken, welche Waffen ich habe, ohne die Waffen zu zücken? Mann. Ernsthaft? Das ist doch... Es tut mir furchtbar leid für euch, dass ihr euch das die ganze Zeit angucken müsst, so ein Kack hier. Das ist ja... Mann, und jetzt hat er... Wann speichert er denn hier bei diesem Add-on? Das ist ja grauenhaft. Das Hauptspiel hat überall an jeder Ecke gespeichert. Und hier speichert der nur, wenn du irgendwas geschafft hast. Das ist doch Mist. Kauf dir eine neue Waffe. Nö, Pech! Du kannst die Waffe erst behalten, wenn du die Mission geschafft hast. So ein Müll! Willkommen in Empire Bay! Pass doch auf! Ne, ich passe gar nicht mehr! Toll. Das auch mal. Lassen Sie mich raten. Sie möchten eine Waffe kaufen. Flup ist ein Genie. Flup ist ein Genie. Reitmannsheil. Die habe ich selbst geladen. Ich bin nicht wanted. Wiedersehen. Ganz vorsichtig fahren wir jetzt weg. Bye, bye, happiness. Bye, bye, loneliness. Das war der Fall für Knopf. So. Jetzt schaffe ich die Mission. Pass auf, Freunde. Das wird super. Das wird super. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ah! Ah, der hat sich super abgerollt. So, passt auf. Jetzt nehme ich diese Mission an hier. Start. Speichern. Ich habe die Waffe. Egal, was passiert. Das sah jetzt so ein bisschen so aus, als ob die hier, äh, Reise nach Jerusalem spielen. Ach, ich habe keinen Platz mehr bekommen. Wo ist denn noch ein Platz über? So. Mann, 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 Mann. Jetzt also wieder da vorne hin. Was denn? Scheiße. Kollege am Boden. Schieß. Alles klar. Scheiß drauf. Aber das Auto. Oh, fuck. Geh rein. Was auch immer. Was denn? Mann. Mann. So, hier muss ich dann nochmal im Nachhinein abmoderieren. Das habe ich im Video auch gemacht. Aber leider hat mein kleiner Ausraster das Mikrofon vom Computer entfernt. Und dadurch wurden die Webcam sowie die Tonaufnahme gestoppt. Ja, deswegen hier jetzt noch einmal ein Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und, äh, scheiß Spiel. Tschüss. judgmentart.